Anleitung zum Zigaretten machen Heute gibt es ein Video ohne Gesichter Die Gesichter sind abgehauen So stellen sie eine Zigarette her Und das wird so gemacht Und dann mit der linken Hand in die rechte Hand Und dann von der rechten Hand in das Arschloch Und dann ein Schluck violettener Flüssigkeit Eine unbekannte violette Flüssigkeit Und dann wird es in den Hals reingeschlupft Lino, Lino! Wie ihr sehen könnt, sind wir hier bei Kessler Grill Und machen eine Reportage Das ist eine Reportage Ufo Reportage Ufo Reportage Bei Kessler Grill Ja, ich kann jetzt ein Hals mitnehmen Das ist ja jetzt nicht so weit Eine Fertigung Bam Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.